Wir reden über den VfB, ein Fußball-Podcast des Zeitungsverlags Weiblingen, gemeinsam mit die neue 107-7. Hallo zusammen, wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge und ich droppe es direkt zu Beginn, Danny. Ich glaube, die Stimmung bei so einer Podcast-Aufnahme, die könnte besser sein als heute hier bei uns im Studio, oder? Könnte am 1 zu 5 des VfB bei Roter Stern Belgrad liegen, war eine deftige Klatsche, wir haben einiges zu besprechen. Oder es liegt vielleicht an der frühen Uhrzeit, wir nehmen heute ungewöhnlich früh auf, es ist kurz vor halb 10, wobei so ungewöhnlich spät ist. Wahnsinnig früh, die arbeitende Bevölkerung da draußen lacht uns aus, Simi. Ja, man muss es trotzdem sagen, der Grund nämlich, dass wir so früh anfangen, ist, wir haben gleich ein Telefonat. Wir holen hier den Daniel Haug von die neue 107-7 live rein in den Podcast. Der war nämlich in Belgrad, ist aktuell am Flughafen und der wird uns ein paar Eindrücke schildern aus Serbien. Da freue ich mich sehr, sehr drauf, Danny. Und darüber hinaus haben wir massig Themen. Wir müssen über dieses Spiel sprechen. Du hast das Spiel für unsere Redaktion begleitet, Danny. Wir müssen das mal in die Einzelteile zerpflücken, weil das, was da gestern passiert ist, kann man zweifelsohne als Klatsche bezeichnen. Ein 1 zu 5 in Belgrad gegen ein Team, das seit zwölf Spielen kein Champions-League-Spiel mehr gewonnen hat. Das ist schon eine deftige Klatsche. Wir müssen uns fragen, ist es ein Ausrutscher, ist es ein Trend, der da entsteht? Die Abwehr wirkte alles andere als sattelfest. Da werden wir ausführlich darüber diskutieren. Wir sprechen natürlich kurz über Bochum, haben O-Töne dabei, die uns Daniel in Belgrad gesammelt hat. Und quatschen natürlich zu guter Letzt noch über Bremen. Das steht am Samstag schon an. Also wir haben heute Donnerstag in zwei Tagen. Schon wieder das nächste Spiel. Und haben noch ein bisschen Vereinspolitik. Volle Folge, oder Danny? Absolut, ich freue mich drauf. Und auch endlich schön, mal wieder im Studio zu sitzen. Letzte Woche saßen wir live auf der Bühne in Kalaluna in Schorndorf, unser Live-Podcast. Tolles Event, tolle Gäste, tolles Publikum. Schaut gerne nochmal rein. Genau, und dann, Danny, bevor wir den Daniel Hauck hier reinholen in unser Podcast-Studio, gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Denn die aufmerksamen Zuschauer am TV-Gerät, hätte ich fast gesagt, die haben es schon gesehen für alle Podcast-Hörer. Ich habe wieder was dabei von der Firma Teamstuff. Die haben uns nämlich ausgestattet mit Ausrüstung, die jeder für seinen Herzensverein braucht. Und da ich ja und wir keinen Herzensverein haben, Semi, sondern das ist unser Podcast, unser Herzensverein ist. Schaut euch diesen wunderschönen Schal an. Wir reden über den VfB Stuttgart. Ich kriege es gar nicht so richtig ins Bild gehangen. Es ist ein echt hochwertiger, toller, toller, toller Fanschal. Es ist Seidenschal. Ich breite ihn hier vorne mal aus, auch so gut es eben geht. Team-stuff.de, eure Anlaufstelle für Fanartikel aller Art. Und egal, ob ihr ein Fußballverein seid, eine Feuerwehr, ein sonstiger Zusammenschluss. Das ist echt individuell und hochwertiges Zeug. Schaut da gerne mal rein. Die Homepage blenden wir euch ein. Das ist richtig klasse. Und was mich vor allem überzeugt, ist die Qualität. Also wir haben jetzt hier diesen Ultra-Seidenschal. Beim letzten Mal, als ich mit Daniel gepodcastet habe nach der Bergamon-Niederlage, war es so ein richtig dicker Winterschal, den man jetzt so langsam auch braucht. Bei der nächsten Folge, wo Teamstuff Sponsor ist, haben wir nochmal einen Schmankerl für euch. Also aufgepasst, tolle, tolle Ware. Kommt auch noch hier aus dem Kreis, aus Rudersberg. Tolle Firma, danke für den Support, danke für die Unterstützung. Und sowas cool ist, dass uns hier jemand Fanartikel für unseren Podcast macht, für unseren Lieblingsverein, Simi. Was will man mehr? Es könnte nicht schöner sein. Deswegen schaut vorbei, team-stuff.de. Da könnt ihr euch individuell eure Fanartikel machen. Und es gibt wirklich alles. Mützen, Schals, was ihr wollt. Badelatschen, glaube ich sogar. Es ist große Klasse. Große Klasse ist auch, dass Daniel Haug gleich bei uns sein wird. Deswegen gehen wir jetzt direkt schnell zurück zur Folge. Ja, Danny, ich glaube, es braucht gar keine lange Vorrede über dieses Spiel. Das war aus meiner Sicht eine reine Katastrophe. Ich bin sehr gespannt, wie wir da nachher ins Detail, in die Tiefe ins Spiel reingehen. Wir haben uns ja dagegen entschieden, nach Belgrad zu reisen, aus diversen Gründen. Wir werden nachher darüber sprechen, warum das vielleicht eine gute Entscheidung war. Ja, es gab Ausschreitungen in der Stadt. Also keine Riesenausschreitungen, aber wir haben Videos auf Social Media gesehen. Die waren sehr, sehr unschön. Die Ultras sind nicht nach Belgrad gekommen. Die haben umgedreht an der serbischen Grenze. Da war einiges los. Und deswegen haben wir natürlich einen Mann am Start. Und deswegen haben wir auch die Kooperation mit der 907-7 gestartet. Weil der Daniel Haug, der Irre, fährt halt überall hin, fliegt überall hin, ganz egal. Und auf den ist immer Verlass. Danny, wir holen den hier jetzt mal rein in unser Podcast-Studio und schnacken mit ihm eine Runde. Und der soll uns ein paar Eindrücke liefern, was so in Belgrad los war. Und ja, mal gucken, ob er rangeht. Wir schauen mal, was er macht. Erstes Mal, dass wir jemanden live in den Podcast schalten. Deswegen ist die Anspannung auch bei uns Hosts groß. Männer, ich grüße euch. Daniel, guten Morgen. Guten Morgen. Kann man überhaupt guten Morgen sagen? Weil ich denke, du hattest keine Nacht, oder? Ja, kann man so sagen, dass ich keine Nacht hatte. Ich habe mich dann doch irgendwann dazu entschieden, dass es deutlich mehr Sinn macht, die Nacht einfach durchzuarbeiten und die letzte halbe Stunde irgendwie wach zu bleiben, statt mich noch aufs Ohr zu hauen und im dümmsten Fall mein Taxi zu verpassen. Das heißt, du bist jetzt gerade am Flughafen, oder? Genau, ich bin jetzt gerade am Flughafen in Frankfurt angekommen und fahre jetzt von, also gelandet aus Belgrad, alles top pünktlich und fahre jetzt dann hier mit dem Zug dann weiter Richtung Stuttgart. Ja, dann erzähl doch mal. Ich meine, du kommst direkt live aus Belgrad. Wir haben dich ja hier in der Podcast-Folge heute, damit du uns ein paar Eindrücke liefern kannst rund um dieses Event. Was geht denn da ab? Also erzähl mal, Belgrad, was ist so dein Eindruck? Also insgesamt gesehen war es schon sehr speziell, muss ich sagen. Wir sind, also ich bin zusammen mit den SWR-Kollegen angereist am Dienstagvormittag, um dann mittags da zu sein für Pressekonferenz, Abschlusstraining und so weiter. Und gefühlt war es da noch alles relativ locker. Klar, du merkst schon, es ist jetzt eine andere Reise gewesen als Madrid und Turin. Allein auch deshalb, weil es außerhalb der EU war, schon mal ganz andere Grenzkontrollen auch am Flughafen. Alles ein bisschen länger, alles ein bisschen genauer. Dann mit anderer Währung und kein EU-freies Roaming sozusagen. Deswegen da insgesamt erstmal ein bisschen mehr Stress, mehr Aufwand an sich. Der erste Eindruck von Belgrad war eigentlich soweit ganz cool. Finde ich eine spezielle Stadt, vielleicht so ein krasser Mix zwischen schönen Ecken und dann anderen Bereichen, wo du doch merkst, dass da sehr Ostblock und Sowjet war. Aber mit Blick auf den VfB oder auf die Berufsreise gesehen, war es am Dienstag eigentlich komplett entspannt. Und gestern im Laufe des Tages wurde es dann immer ein bisschen wilder, immer ein bisschen gefährlicher. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da gleich im Detail noch drauf eingehen wollt. Aber insgesamt war es einfach für mich die krasseste Auswärtserfahrung im Sinne von Anspannung, vielleicht auch Nervosität und Aufpassen. Und weil sich dann doch manches ein bisschen bewahrheitet hat, was im Vorfeld so angekündigt und befürchtet wurde. Kannst du da vielleicht auch mal ein bisschen was schildern? Hast du vor Ort überhaupt mit Fans großartig sprechen können, weil du hast es ja schon anklingen lassen. Simi hat es auch in der Einleitung erwähnt. Zehn Busse sind umgedreht quasi an der Grenze, weil sie wirklich aufs Übelste durchsucht wurden, unter Gewaltandrohung teils auch. Was hast du da mitbekommen vor Ort? Also erstmal haben wir am Dienstagabend tatsächlich in der Stadt den ein oder anderen Fan getroffen. Aber es war direkt beim Flug schon sehr auffällig, dass zwar VfB-Fans dabei waren, aber jetzt nicht so wie zum Beispiel bei meinem Flug nach Madrid das Gefühl der halbe Flieger in weiß und rot war, sondern es haben sich schon alle versucht sehr irgendwie bedeckt und zurückzuhalten. Wir haben uns dann trotzdem mit ein paar getroffen, auch zum Essen am Dienstagabend. Und da war alles soweit ruhig, relativ unauffällig. Und wir dachten, ah ja, schön, wenn das hier so einen Verlauf nimmt. Und dann am Mittwoch hatte ich mit den beiden SWR-Kollegen, mit Bolli und Johannes von DeinVfB, eigentlich geplant, dass wir nochmal in die Stadt gehen, um eben doch irgendwelche Fans noch zu finden und mit denen noch ein bisschen was zu machen. Aber da wurde dann schon ganz schnell deutlich, dass das zum einen keine gute Idee ist und zum anderen auch schwierig ist, weil die sich echt alle irgendwie extrem zurückgehalten haben, von denen die privat angereist sind. Und dann kamen ja im Laufe des Mittags die ersten Artikel und Videos von Attacken von Belgrad-Fans auf VfB-Fans in der Stadt, wo man nicht so genau wusste, ist das aktuell, stimmt das alles wirklich. Das ließ sich dann alles erst sehr, sehr spät und mühselig verifizieren. Aber der Kollege Dennis Bayer von Sky war ja auch vor Ort. Der hat tatsächlich ein paar Fans getroffen, die dann tatsächlich auch sogar schon gestern, sprich Mittwochvormittag im Krankenhaus waren in Belgrad, weil es doch am Dienstagabend schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gekracht hat. Weil das kam jetzt im Nachhinein, auch jetzt auf meinem Rückflug habe ich da noch mit ein, zwei Fans was mitbekommen, dass teilweise die Belgrad-Fans echt systematisch die Lokalitäten und die Innenstadt nach deutschsprachigen und nach VfB-Fans abgesucht haben und die sich dann da zusammen telefoniert haben nach dem Motto, hey, hier sind drei, kommt mal hier vorbei. Und wenn du dann wohl nicht innerhalb der nächsten zwei Minuten weg warst, hast du mal ganz schnell große Probleme bekommen. Und dann kam eben ja auch noch die Mitteilung von der Grenze, dass eigentlich erst mit den Bussen alles soweit passt, eben bis zur Grenze. Und dann hieß es erst, ja, sie drehen um. Dann, nee, doch nicht. Und dann hat man da die VfB-Pressestelle kontaktiert und über den Fan-Beauftragten oder die Fan-Beauftragten. Und dann wurde quasi uns da mehr oder weniger dann bestätigt, als wir dann schon nachmittags im Stadion ankamen, dass es tatsächlich so sein wird, dass eben die zehn Busse umdrehen werden oder umgedreht haben. Und nur dann noch die organisierten Busse über VfB-Away, dass die quasi weiterfahren, auch nach krassen Kontrollen. Am Stadion ging es dann, glaube ich, so weit, was man da mitbekommen hat. Nur was wir dann noch hinterher mitbekommen haben, ist, dass es tatsächlich fast zwei Stunden Blocksperre dann gab für die, die da waren, bis die dann rauskamen. Und ja, das war so die Lage, wie sie sich so dargestellt hat. Was wir dann so mitbekommen haben, ist es dann zumindest abends und nachts ruhig geblieben, vermutlich auch dem Spiel und dem Ergebnis und der Tatsache geschuldet, dass dann eben keine VfB-Ultras da waren. Weil ich hätte nicht erleben wollen, wenn hier Belgrad da eine Packung kassiert hätte oder auch wenn von Stuttgarter Seite da ein paar Gewaltbereite am Start gewesen wären, dann wäre es, glaube ich, auch nach dem Spiel noch sehr unschön geworden. Da muss man ja eigentlich froh sein für alle Fans, die in Belgrad waren aus Stuttgart, dass der VfB dieses Spiel verloren hat. Weil Daniel, du sagst es richtig, ich will mir gar nicht ausmalen, was da passiert wäre, wenn Belgrad irgendwie 3-4-0 verloren hätte und sich der ganze Frust, die ganze Wut auf diese VfB-Fans, auf die friedlichen VfB-Fans, die in Belgrad waren, entladen hätte. Wie hast du dich selber gefühlt, Daniel, in Belgrad? Hast du einen Moment erlebt, wo du gedacht hast, ich fühle mich jetzt hier unsicher oder war das eigentlich alles cool für dich? Also anfangs war es alles cool. Wir haben auch von Anfang an gesagt, Bild-Kollege Felix Arnert war ja noch dabei. Dann, wie gesagt, die drei SWR-Kollegen mit Bolli, Johannes und Radio-Legende JJ Rieck. Dann noch Dennis Beyer und Benni Hofmann vom Kicker. Und wir haben dann schon immer geguckt, dass wir immer in Gruppen unterwegs waren. Also dienstags waren Felix und ein paar STZ-Kollegen immer zusammen. Ich war dann mit den SWR-Kollegen zusammen. Gestern waren wir als große Gruppe zusammen, weil der krasseste Moment für mich war, als mir der Bolli, der hat mir den Link weitergeleitet von dem serbischen Artikel mit dem Video drin, wo der eine da auf der Straße verprügelt wird. Und das war gar nicht so weit weg von unserem Hotel. Und dann wird ja da schon kurz anders, weil klar bin ich neutral von außen. Und klar werde ich vielleicht nicht gleich als VfB-Fan da identifiziert. Und man weiß ja auch nicht, nach was die da irgendwie gehen. Aber im dümmsten Fall müssen die sich ja nur mit einem anderen irgendwie Deutsch sprechen hören. Und das ist für die schon ein Alarmsignal, sage ich mal. Wir haben uns dann immer direkt, unsere Hotels waren nicht so weit auseinander, immer da direkt getroffen, sind dann zusammengefahren, sind dann auch zum Stadion hin, mit dem Bus zurück dann tatsächlich auch. Und ja, so richtig erleichtert oder froh war ich dann wieder, als wir tatsächlich dann heute Nacht nach dem Spiel im Hotel waren und du gemerkt hast, okay, die Stadt ist weitestgehend ruhig. Die Belgrad-Fans haben da schön gefeiert, waren hier zufrieden und glücklich mit dem Spiel. Und du wusstest, wenn du den irgendwie jetzt nicht von dir aus dumm kommst, dann sollte da eigentlich nichts passieren. Aber das war so aus meiner persönlichen Sicht sowohl als Fan als auch als Reporter das Spiel oder die Situation, wo ich mich am unwohlsten und unsichersten bisher auch gefühlt habe und dann direkt den anderen geschrieben habe, hey, lasst uns nur zusammen unterwegs sein und schauen, dass wir da allen möglichen Gefahrenherden da irgendwie aus dem Weg gehen. Dann Daniel, lass uns doch mal gegen Ende unseres Korrespondententalks hier auch noch über den Sport ein bisschen sprechen. Also 1-5 ist eine deutliche Sprache. Du musst es jetzt auch nicht im Detail taktisch analysieren. Aber wie hast du die Stimmung im Stadion wahrgenommen und dann auch vor allem nach Schlusspfiff? Du warst ja auf Stimmenfang in der Mix. Was hast du da mitgenommen von diesem, man kann ja schon Debakel sagen, glaube ich. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also grundsätzlich ist dieses Stadion und deswegen bin ich auch echt allen negativen Seiten zum Trotz auch froh und dankbar dafür, die Reise gemacht haben zu können, weil das ist schon ein Erlebnis, so ein richtiges Oldschool, so ein runtergerocktes Stadion, komplett außen angesprüht. Und dann natürlich vielleicht mit dieser Ost-Martialität vielleicht ein bisschen. Da steht ein historischer Panzer halt einfach vor der Heimgästekurve außerhalb des Stadions da am Gelände und das macht dann schon deutlich, wie da so ein bisschen die Stimmung ist. Und es war dann auch wirklich so, wie man es erwarten konnte, von Belgrader Seite her sehr aufgeheizt, sehr emotional, sehr viel mit Pyro, auch mit sehr lauten Böllern. Ich weiß nicht, inwieweit man das über Radio- oder TV-Übertragung da auch mitbekommen hat. Bei den VfB-Fans war es natürlich gedämpft. Du hast schon gemerkt, dass die Ultras fehlen, aber dass die, die da waren, zumindest in der Anfangsphase oder in der ersten Hälfte schon gemerkt haben, irgendwie da noch ein bisschen zumindest für Stimmung zu sorgen, die Mannschaft da zu unterstützen. Und um aufs Sportliche zu kommen, was ich nicht verstehe, wie du so einbrechen kannst, nachdem du bei einem Spiel in Belgrad einer Mannschaft, die noch keinen Punkt in der Champions League geholt hat und du weißt, du hast hier so gute Chancen, dich in eine Top-Ausgangssituation für die Playoffs zu bringen. Nach einer 1-0-Führung, nach fünf Minuten, einem absoluten Traumstart, das Ding dir so wegnehmen lässt. Dann ist es natürlich die Geschichte, dass Silas da den Ausgleich macht. Aber ich muss auch sagen, und das zeigen jetzt ja auch die Einordnungen der Kollegen und auch viele Fanstimmen, das war, würde ich sagen, mit das schlechteste Spiel des VfB unter Sebastian Hoeneß in seiner Amtszeit bisher. Ich glaube, das Spiel gegen Hertha kommt da noch ran. Dann hatten wir diese Saison noch das Ding gegen Bayern. Aber da reiht sich das so ein bisschen ein, vor allem, weil es einfach komplett unnötig war. Und du nachher da mit über 70 Prozent Ballbesitz rausgehst und so ein bisschen die Erkenntnis rausziehst, dass du zum einen viel zu viele Gegentore kassierst diese Saison und zum anderen, dass du vorne viel zu viel Aufwand betreiben musst für zu wenig Ertrag und dir keine hochkarätigen Chancen einfach rausspielst in manchen Phasen. Und das war gestern wieder so. Ich fand, beim VfB hat man das hinterher sehr rigoros eingeordnet. Also Alexander Nübel war tatsächlich der einzige Spieler, der dann hinterher in der Mixed Zone gesprochen hat, neben Fabian Wohlgemuth. Einerseits sagen ja, okay, nach 1-5 zum Glück oder wenigstens spricht einer, aber dass da 15 deutsche Journalisten sich auf den, ja, sag ich mal, Acht-Stunden-Trip da machen und dann spricht ein Spieler, ist dann ja so ein bisschen auch die Kehrseite. Aber anderes Thema. Der hat ganz klar gesagt, wir müssen das ansprechen, wir müssen das analysieren. Defensive ist nichts, wir kriegen zu viele Gegentore. Hat auch sich selber in die Pflicht genommen, hat gesagt, ich muss mir das nochmal anschauen. Ich war da bei zwei, drei Aktionen dabei, die so nicht gehen. Und in der Offensive ist es einfach Riesenaufwand für viel zu wenig Ertrag. Fabian Wohlgemuth hat es dann so ein bisschen, ja, vielleicht versucht zu erklären, indem er sagt, ja, wir sind immer noch in dieser Findungs-Eingewöhnungsphase, was die Dreifach-Vierfach-Belastung angeht. Und dann hast du eben in der Offensive die Ausfälle. Das wollte er jetzt nicht als Ausrede, sag ich mal, gelten lassen. Wenn man dann sieht, dass da in der zweiten Hälfte in Malanga und Boakshi reinkommen, die vor der Saison bis auf Malanga die zehn Minuten da gegen Bergamo allerhöchstens dritte Liga gespielt haben, das ist dann halt schon auch ein Stahlbad da für die Jungs. Und dass die dann nachher deine Offensive da rausreißen sollen, ist, glaube ich, in der aktuellen Situation schwierig. Natürlich hoffst du immer so ein bisschen auf diesen einen lichten Moment, sag ich mal. Aber ja, es ist eine schwierige Gemengenlage, die sich dem VfB da gerade darstellt mit dieser Dreifach-Vierfach-Belastung und diesen harten Wochen jetzt noch bis Weihnachten. Und das haben die Verantwortlichen oder Alex Nübel auch gesagt. Vielleicht ist es jetzt der große Vorteil, dass du heute quasi zurückkommst oder heute Nacht. Dann hast du morgen eine Einheit und fliegst am Nachmittag schon wieder nach Bremen und hast gar nicht so viel Zeit, dir über dieses vergeigte Spiel da Gedanken zu machen, sondern weißt, du musst in der Bundesliga liefern. Du bist da auch ein bisschen hinter deinem eigentlichen Soll oder dem, wie du dich siehst und hast da jetzt die Chance, eine sehr machbare Woche mit Auswärtsspiel Bremen, dann Pokal in Regensburg, was ein absoluter Pflichtsieg ist und dann dem Heimspiel gegen Union da vielleicht so ein bisschen die Kehrtwende zu schaffen. Aber das gestern war schon ein bisschen, finde ich, kann man schon so sagen, ein Offenbarungseid. Und das vielleicht noch kurz als Eindruck vor Ort, als Einschub bezüglich Mixed Zone. Das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Das war das Toppen der Baustelle im umgebauten Stadion der MAP Arena. Da mussten wir ja auch immer raus aus dem Stadiongelände raus, durch die Zuschauer und dann am anderen Tor wieder rein, um dann zur Mixed Zone zu kommen, während die Haupttribüne umgebaut wurde. Und in Belgrad mussten wir raus, hinten an der Heimkurve vorbei. Wir liefen dann auf einmal mitten im Abmarsch der Belgrader Fans, die, als wir da gerade mittendrin waren, auf einmal anfangen zu singen. Und nach 400 Metern ging es dann wieder rechts rein, Richtung des Vereinsgebäudes. Und da war dann in so einem Zelt die Mixed Zone. Und das umfasst so ein bisschen die Reise. Alles ein bisschen abenteuerlich, alles ein bisschen speziell. Kann man froh sein, dass alle und hoffen, dass da alle heile rausgekommen sind und dass der VfB hier die richtigen Lehren draus zieht und irgendwie nochmal in Schwung kommt vor Weihnachten. Weil das war gestern ab der fünften Minute gar nichts. Ja, Daniel, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nach deiner schlaflosen Nacht bei uns als Korrespondent zu dienen. Wir hoffen, dass du noch gut heimkommst. Bester Mann, wie immer. Schlaf schön, wenn du zu Hause bist. Und dann sehen wir, hören wir uns auf jeden Fall die Tage, Daniel. Danke dir. Immer gerne. Viel Spaß euch. Bis dann. Danke, Daniel. Ciao, ciao. Ciao. Ja, da kann ich jetzt eigentlich nur sagen, leck mich am Arsch, du, ey. Da war schon viel drin, fand ich. Daniel hat viele Punkte angesprochen, die wir, glaube ich, jetzt nochmal in unserem Talk hier ein bisschen vertiefen können, wenn wir uns wirklich das Spiel nochmal anschauen. Denn... Ich will noch gar nicht aufs Spiel gehen. Sondern? Ich will nochmal auf diese Situation in Belgrad zu sprechen kommen. Dann bitte. Was ist denn das? Was geht ab? Es geht hier nur um, also es geht nur um Fußball, Danny. Es geht um Fußball, es geht um Elf gegen Elf, es geht um, der Ball muss ins Tor, Champions League. Und wenn ich dann mitbekomme, stell dir vor, genau deswegen wollten wir nicht nach Belgrad. Ich hatte da keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Aber darf ich widersprechen? Ja, klar. Also ich wäre gerne vor Ort gewesen, weil, was man, also wir haben diese Reise nicht angetreten, unter anderem, weil es ziemlicher Aufwand ist, da hinzukommen. Daniel hat es anklingen lassen, nicht EU. Wir hatten schon zwei Auswärtsreisen, wir sind ein kleiner Verlag, ist auch eine finanzielle Sache. Aber als Journalist ist es natürlich scheiße, wenn du da in dem Moment zu Hause an einem Schreibtisch sitzt und nicht vor Ort bist, um an Infos zu kommen. Also das war mein erster Impuls, meine Frau, die parallel in der Küche gewerkelt hat, während ich Homeoffice gemacht habe, die war natürlich happy, dass ich jetzt nicht durch die Belgrader Innenstadt gelaufen bin, während dort irgendwelche Hooligans, VfB-Fans verprügeln. Und deswegen ist es da so eine Risikoabwirkung, aber was du natürlich sagst, ja, ich kann es auch nicht verstehen, wir müssen es aber auch nicht verstehen, weil wir sind neutrale Journalisten und was ich so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, es war ja erwartbar, dass es so passieren wird. Und irgendwie ja doch, also es ging ja schon los, dass der Vereinsbeirat André Bühler von Lebensgefahr gesprochen hat, wo manch einer noch meinte, oh, das ist ja aber vielleicht ein bisschen übertrieben, wo man auch intern ein bisschen diskutiert hat, wie war das jetzt, das so und so zu kommunizieren. Letztlich war es, glaube ich, richtig, dass der VfB im Vorfeld ganz gezielt gesagt hat, Leute, wenn ihr da hinfahrt, passt auf euch auf. Das ist keine Spaßfahrt wie nach Madrid, wo man mittags um 12 mit acht Servica im Kopf und VfB-Trikot über dem Plaza Mayor schlendert. Nein, da müsst ihr aufpassen. Dass es so ist, das ist super traurig. Was aber auch super traurig ist, dass Fans, die mit Bussen organisiert darunter fahren, an einer Grenze offensichtlich, ja, schikanierende Kontrollen über sich ergehen lassen müssen, als wären sie Staatsfeinde, die hier einreisen und in Belgrad, keine Ahnung, eine Revolution anzetteln wollen. Die wollen ein Fußballspiel anschauen. So, es ist immer eine Abwägung. Ja, klar, die Polizei macht mitunter auch schlechte Erfahrungen mit der organisierten Szene. Deswegen ist da eine gewisse Vorsicht da. Aber alles mit Maß und Ziel und nach allem, was wir wissen, was wir mitbekommen haben, wurde da auch von Polizeiseite deutlich übers Ziel hinaus geschossen. Also, das geht natürlich auch überhaupt gar nicht und insofern, ja, Simi, du hast natürlich recht. Ich war dann auch froh, als ich um 10, halb 11 mein Laptop zugeklappt habe und ins sichere Bett gehen konnte und nicht wusste, ich muss jetzt noch irgendwie durch, mit Polizeieskorte durch Belgrad nach Hause zu meinem Hotel oder wie Daniel ja noch nachts um drei uns irgendwelche Töne durchschickt und jetzt erst auf dem Heimweg ist. Also, von dem her, ja, journalistisch immer scheiße, wenn man nicht vor Ort ist. Bin sehr dankbar, dass Daniel uns jetzt hier in die Folge wenigstens noch ein paar Eindrücke gebracht hat. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder per Mail auch an uns. Wenn ihr etwas erlebt habt, positiv, negativ, alles her damit, hilft uns auch, da immer ein Gesamtbild zu bekommen. Und ja, natürlich, man hat viel gewarnt. Es ist jetzt, vielleicht hätte es sogar noch schlimmer kommen können, ich weiß es nicht, du hast es ja anklingen lassen, lass mal den VfB gewinnen und die drehen da komplett frei. Weil, unterm Strich muss man, glaube ich, froh sein, dass es jetzt sowohl mit dem Ergebnis und auch mit diesen Vorfällen, jetzt ist es rum, schnell vergessen, weiter geht's. Und genau das darf nicht sein. Ich habe wirklich, ich kriege da so einen Hals, wenn ich nur daran denke. Das hat im Fußball nichts verloren. Nichts. Du kannst, natürlich hat der VfB zu Recht gewarnt, vielleicht auch vor Lebensgefahr in Belgrad. Allein die Tatsache, dass ein Fußballspiel in Belgrad stattfindet und man vor Lebensgefahr warnen muss für Fans, die da hinfahren, für mich ist das so out of the world, das ist für mich so irrational, das macht alles gar keinen Sinn. Es geht nur um Fußball. Es geht nur um scheiß Fußball. Das kann doch nicht sein, dass wir in einer, in Anführungszeichen Welt leben, in einer Fußballwelt leben, in der du nach Belgrad reist als Auswärtsfan und Angst hast, dass du an der nächsten Ecke zusammengeschlagen wirst. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, ich kann es nicht fassen, dass das so ist. Das regt mich wirklich richtig auf, man merkt es. Also ich war ja auch Fan, ich war auch in der Kurve und es ist für mich immer so ein gewisser Grad gewesen, auch in der Kurve früher. Sobald es beleidigend wird, bin ich raus. Sobald Gewalt angewendet wird, bin ich raus. Sei emotional, sei aufgeheizt, sei vielleicht auch mal hitzig. Ich bin ein Hitzkopf, ich bin auch mal emotional, ich bin vielleicht auch mal einen Ticken drüber. Aber sobald es körperlich wird, sobald es beleidigend wird, sobald es unter die Gürtellinie geht, da ist für mich ein Punkt erreicht, wo ich sage, das geht nicht mehr und ich verurteile jegliche Fangewalt, ganz egal wo. Aber das, was an Fangewalt in deutschen Stadien passiert, ist im Vergleich zu, was da in Belgrad passiert, ist ja Kindergeburtstag. Und das ist eine Dimension an Gewalt und an vielleicht auch falscher Männlichkeit. Ich dabbe mich jetzt hier in Belgrad mit VfB-Fans. Was geht eigentlich ab? Also so, tschüss, braucht euch nicht, danke für nix. Also für mich ist es einfach, da ist so eine klare Grenze überschritten. Das kann ich gar nicht fassen, so für mich. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das passt nicht in mein Weltbild auch. So, es geht um Fußball. Und allein, dass wir darüber sprechen, dass der Daniel hier in der Folge sitzt und sagt, er ist froh, dass er zu Hause ist, weil er Angst hatte, dass er da aufs Maul bekommt. Allein diese Tatsache ist so absurd. Das ist wirklich für mich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach, ich kann das nicht nachvollziehen. Und allein, dass da VfB-Fans jetzt nach Hause kommen und drei Kreuze machen und sagen, Halleluja, habe ich diesen Scheiß gut überstanden. Und stell dir mal vor, der VfB gewinnt 4-0. Ich kann es mir nicht ausmalen, ich will es mir nicht ausmalen. Und ich finde es schrecklich und bin froh, Danny, wenn wir jetzt über Sport reden. Ja, so ging es mir ehrlicherweise dann auch, weil wir haben ja dann die Berichterstattung am Nachmittag auch schon angefangen, als wir von diesen Vorfällen an der Grenze Kenntnis bekommen haben. Und als dann so die Startelf kam, habe ich mir so gedacht, endlich sprechen wir über das, warum wir da sind. Es geht um Fußball. Ja, und ich stimme allem zu, was du sagst. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Mir fehlt da jeglicher Zugang. Ich will es ehrlicherweise auch gar nicht, weil da gibt es nichts zu verstehen. Das ist Gewalt. Mir ist nur wichtig zu betonen, wir sprechen über diese Fan-Problematik, nenne ich es jetzt mal. Aber wir sprechen auch über eine Polizeiproblematik in dem Zusammenhang. Und erinnert euch an unsere Berichterstattung. Wir hatten hier in Stuttgart auch schon diverse Fälle, wo Fans organisierte Szene mit den Beamten aneinandergeraten sind und es auf beider Seiten schwarze Schafe gab, möchte ich es jetzt mal zusammen nennen. Also ich finde, das muss man immer klar trennen. Wir haben diese Vorfälle an der Grenze, Kontrollen, die gar nicht gehen. Wir haben aber auch die Problematik auf Seiten der Belgrad-Fans, wo gar nicht geht. Und ich bin froh, wenn wir diesen Themenblock jetzt zumachen. Wie gesagt, wenn ihr was erlebt habt, schreibt uns gerne, schildert uns gerne eure, Erlebnisse, gerne natürlich auch positive Erlebnisse, wenn da was Nettes dabei war. Und dann sind wir da natürlich an dem Thema weiter dran und beobachten das und ordnen das journalistisch ein. Und deswegen mein Schlenker zu Beginn, vor Ort, du kriegst alles mit. Du siehst, Daniel hat es ja anklingen lassen. Dann wirst du bombardiert mit irgendwelchen Videos. Du kannst es nicht überprüfen, wann wurde das aufgenommen, wo wurde das aufgenommen. Ist das vielleicht eine zwei Jahre alte Aufnahme, da liegt irgendein schwarzer Kerl mit schwarzer Jacke, das von irgendeinem serbischen Twitter-Account mit 200 Followern gepostet wurde. Ganz, ganz schwierige Situation für Journalisten, das da seriös verifiziert zu bekommen. Und das möchte ich da nochmal anmerken. Deswegen, auch unser Anspruch ist, ihr wisst es, so oft wie möglich vor Ort zu sein. Aber alles, auch bei uns, unsere Redaktionen sind da gewisse Grenzen gesetzt. Und ich bin ehrlich, ich war auch froh, dass ich abends gediegen in mein Bettchen konnte. Ja, deswegen, ich werde ja am Dienstag für unsere Redaktion in Regensburg sein beim Pokalspiel. Da kannst du ganz entspannt über den Weihnachtsmarkt vorher hin. Ich glaube, da gehe ich vorher hin, dann trinke ich ein Punschle oder vielleicht auch ein Glühwein und dann gehe ich ins Stadion und berichte über das Spiel. Das ist eine Reise, die mir mehr schmeckt als nach Belgrad. Wobei ich natürlich auch sagen muss, diese Schilderung von Daniel Osbrock mit diesem Panzer vorm Stadion. Ich glaube, das ist schon ein Special Feeling, was ganz Besonderes. Wären diese Problembären nicht auf der Belgrader Fanszene, auf der Seite von Belgrad. Dann kommen wir zum Sportlichen, Herr Gallen. Wir müssen über dieses Spiel sprechen, weil es, Daniel hat es anklingen lassen, aus seiner Sicht und auch aus meiner Sicht, das schlechteste Spiel in diesem mindestens mal Kalenderjahr des VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß war. Wir müssen noch weiter zurückdenken. Dann denken wir an dieses 0 zu 2 in Berlin. Da warst du ja damals vor Ort im Olympiastadion. Das war das schlechteste Spiel des VfB unter Hoeneß. Das möchte ich immer anmerken, wenn irgendjemand kommt, das ist das schlechteste Spiel unter Hoeneß, das wir je hatten. Dann sage ich immer Berlin, Olympiastadion. Ich glaube, war im November, oder nicht im November, auf jeden Fall war es scheiße kalt. Das war das schlechteste Spiel des VfB unter Hoeneß. Ich glaube, es war im Frühjahr, weil es war ja in der Endphase, im Abstiegskampf. Aber in Berlin ist es immer kalt, Olympiastadion ist immer ein Eisschrank. Genau, aber wir reden ja jetzt über dieses Kalenderjahr 2024. Das war mit Abstand das schlechteste Spiel. Das sind ja immer dann so die Gefahren als Journalist, dass man sich in Superlativen überschlägt. Der Debakel, Offenbarungseid, Klatsche des Jahres, was auch immer. Aber Danny, das kann man schon so sagen oder muss man auch so sagen, so klar, oder? Ja, also die Angst vor Superlativen darf ja nicht der kritischen Einordnung dann weichen. Also das war eine Klatsche, das war auch ein Debakel. Das war eine schallende Ohrfeige für diese Truppe. Und das muss man auch so klar benennen, weil es ja auch die Verantwortlichen so klar benannt haben. Und was diese Ohrfeige so schallend macht, ist ja, dass die Mannschaft eigentlich auf einem guten Weg war. Die ersten fünf Minuten waren top. Du hast widrige Bedingungen in einem speziellen Stadion mit speziellen Fans, haben wir jetzt lange genug diskutiert. Du hast gleich eine Chance durch Führricht, dann gehst du in Führung durch Demirovic. Das liegt quasi da. Greif zu, schnapp dir das, spiel dein Spiel zu Ende, zieh es durch und mach einen großen Schritt in Richtung K.O.-Phase. Und dann hat sich diese Mannschaft aber irgendwie fehlleiten lassen von dieser frühen Führung. Von was genau? Fehlleiten lassen? Ist jetzt schwierig. Zu sicher? Ja, ich hätte gesagt, es hat sich so eine Unsauberheit nach und nach eingeschlichen. Das fing in der Passschärfe an, das fing in der Intensität an, wie die direkten Duelle geführt wurden. Und das hat letztlich schnell zum Ausgleich geführt. Also bei allem, was wir jetzt sagen, wo wir über den VfB schimpfen, ich war auch positiv überrascht von Belgrad, die einen super Plan hatten und den klasse umgesetzt haben. Und dass Silas super motiviert ist gegen den VfB. Ja, Leute, das hätte ich euch von einem, zum Zeitpunkt der Laie haben wir es, glaube ich, gesagt. So, wartet ab, das Belgrad-Spiel, da gibt es einen, der wird vielleicht sogar ein Tor machen. So, genau so kam es. Also eine Mischung aus, Belgrad hat sich von diesem frühen Gegentor nicht beirren lassen und der VfB von dem frühen Führungstor hingegen schon. Die haben sich schon in der falschen Sicherheit gefühlt, habe ich zumindest so wahrgenommen. Und jetzt grätsche ich direkt dazwischen. Genau diese Aussage, die du jetzt triffst, habe ich, während du schön im Urlaub warst, glaube ich, erster Spieltag in Freiburg. War es ein ähnlicher Spielverlauf. Das war genau die, genau die Sätze, die Aussagen, die du jetzt triffst, habe ich damals im Podcast auch getroffen. Der VfB ist in Freiburg früh in Führung gegangen durch den Mirovic-Seitfallzieher, traumhaft. Das war eine Sicherheit, eine falsche Sicherheit, in der sich die Mannschaft gebogen hat. Haben dann noch verloren, sind untergegangen in Freiburg, 3 zu 1. Das war jetzt nicht so ein 5 zu 1 wie in Belgrad, wo du klar sagen kannst, es war eine Klatsche. Aber dieses 3 zu 1 in Freiburg war auch eine schellende Ohrfeige. Da habe ich auch nach dem Spiel geschrieben, in so Einordnungen, die sind überrannt worden von Freiburg. Die sind emotional überrannt worden, in der Körperlichkeit überrannt worden. Der VfB hat keinen Fuß mehr auf diesen Rasen bekommen, nach dieser Führung und nach dem 1 zu 1. Und das ist vielleicht so ein bisschen das große ganze Bild beim VfB Stuttgart. Kann man das so sagen, Danny? Also in Freiburg gehst du früh in Führung und brichst danach komplett auseinander, weil du dir zu sicher warst. Du warst schlampig. Ich erinnere mich an 10 in Undaf, Hacke, Spitze 1, 2, 3, hier noch eine Hacke und dort und dann überrennen die dich und du verlierst. In Belgrad gehst du 1 zu 0 in Führung, wirst unsauber, wirst unkonzentriert, leistest dir Fehler, die du sonst nicht machst und kriegst richtig aufs Maul. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir es zu hoch hängen. Aber ja, ich sehe schon auch die Problematik. Und was mich am meisten überrascht hat, war, dass ganz offensichtlich niemand auf dem Platz in der Lage war, jetzt alle wieder zur Raison zu bringen. Also Führungsstruktur, wir sprechen ja immer noch über eine Mannschaft in einem Prozess, in einem Entwicklungsprozess. Und ich dachte, sie wären schon einen Schritt weiter. Also sie haben ja eigentlich eine klare Achse auf dem Platz, geht hinten bei Nübel los, dann über die IV mit Chabot, Stiller, Karasor, vorne Demirovic, Mio. So, da könnte man ja eigentlich sagen, es ist ein stabiles Gerüst, anhand dessen sich die anderen auch ein bisschen orientieren können. Das war jetzt in Belgrad überhaupt nicht so, weil das Gerüst hinten wie vorne geschlackert hat. Denn die Problemfelder an diesem Mittwochabend in Belgrad waren ja einfach zu vielfältig, als dass du sie hättest irgendwie lösen können. Benennen sie mal. Nübel hat mir nicht gefallen, hatte zwar zwei, drei gute Aktionen, sah aber auch bei Gegentoren nicht gut aus. Die IV eine Vollkatastrophe. Chabot, Rouault, wirklich, wirklich schwach. Außenverteidiger, nicht gut. Auch die Sechs, Doppel-Sechs hat nicht funktioniert. Stiller, ungewöhnlich, fahrig, ungewöhnlich, schlampig im Passspiel. Karasor als Käpt'n, da muss mehr kommen. Stichwort Körpersprache, Stichwort Zweikampfhärte. Leader-Qualitäten auch. Genau, Leader-Qualitäten auch. Vielleicht auch mal ein Käpt'n, der danach in der Öffentlichkeit auch mal ein klares Wort spricht. Ich will jetzt hier nicht irgendwie fordern, dass da einer vorne ranstehen muss. Aber das steht für mich so ein bisschen sinnbildlich, was Daniel hat anklingen lassen. Es gab dann einen Spieler, der gesprochen hat danach und das war der Torwart. So, vielleicht fehlt es dann auch auf dem Platz, zumindest habe ich es nicht wahrnehmen können, dass sich da eine Gegenwehr formiert. So nach dem Motto, alter Leute, das Belgrad, nichts gegen, also nicht respektlos werden, aber wir haben den Anspruch als VfB Stuttgart und wir haben auch die fußballerischen Mittel, diese Mannschaft zu zerlegen. So, und dass da dann daraus nichts erwächst und nichts entsteht, hat mich dann doch ein Stück weit ratlos hinterlassen. Angelo Stiller war danach bei den Kollegen von The Zone auch im Interview. Der war völlig desillusioniert, der stand völlig stammelnd da beim Kollegen vom Mikro. Es hat sie, glaube ich, auch ein Stück weit selber erschreckt, weil eine Sache, über die wir, oder zwei Dinge, über die wir ausführlich sprechen müssen, wir hatten schon öfters mal das Thema Offensivproblematik, was Probleme, die ja Chancen zu kreieren, aber was wir vielleicht noch gar nicht so sehr gewichtet haben, diese Mannschaft hat ganz augenscheinlich auch ein Defensivproblem. Die fangen sich viel, viel, viel zu viele Gegentore. Das ist einfach ein Fakt, das ist in der Bundesliga so, das ist aber auch in der Champions League so und deswegen holen wir, glaube ich, den Alexander Nübel auch mal rein in die Folge. Wir brauchen jetzt hier keine Torhüter-Diskussion oder so aufmachen, das ist viel too much, aber Fakt ist auch, Kollege Nübel spielt nicht so stabil und konstant, wie wir das von ihm aus der Vorsaison gewohnt waren. Das ist jetzt gemein, weil wir jetzt mal einen rausgreifen und das nach so einem Spiel eigentlich immer alle betrifft. Du müsstest elf Spieler rausgreifen. Du müsstest alle rausgreifen, weil gestern wirklich alle schwach waren, aber wir spielen jetzt mal den Alex Nübel ab, der uns einen Einblick gibt, wie er das da von hinten auch dann wahrnimmt, weil das schmeckt einem Torhüter natürlich überhaupt nicht. Fünf Tore ist natürlich ein Brett, generell auch in der Liga, deutlich mehr Gegentore als noch letztes Jahr. Wie siehst du die Defensive aktuell? Ja, deutlich zu viele Gegentore, so kannst du keine Spiele gewinnen. Vor allem in der Champions League nicht, das war von vornherein klar. Ja, wir müssen zusammenbleiben, müssen weiter hart arbeiten, ab und zu vielleicht nochmal einen tieferen Block fallen. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen eigentlich gut gemacht auch. Wie gesagt, sehr enttäuschend heute, haben wir uns mehr vorgenommen. War eigentlich eine Riesenmöglichkeit, Punkte zu sammeln und uns zu stabilisieren in der Tabelle. Hat nicht geklappt. Jetzt haben wir noch drei Spiele, müssen wir Punkte holen. Ja, er sagt viel zu viele Gegentore. Ich glaube, da kann man überhaupt nicht drüber diskutieren. Jetzt hatten wir gegen Bochum am vergangenen Wochenende, am Samstag, dieses 2 zu 0. Du bist ohne Gegentor geblieben. Gegen Bochum. Gegen Bochum, ja, ja. Jetzt spielst du gegen Belgrad, auch ein absolut machbarer Gegner und du frisst fünf Buden. Und wir haben im Live-Podcast in Kalaluna, könnt ihr auch nochmal reinschauen, wir verlinken euch es in den Shownotes auf YouTube, die große VfB-Zwischenbilanz mit spannenden Gästen. Da haben wir es groß diskutiert, Danny. Die Abwehr, die frisst zu viele Gegentore. Und jetzt kriegst du fünf Glocken. Du hast gegen Juventus Turin, hast du ein Ding, nee, du hast 1 zu 0 gewonnen, hast kein Gegentor kassiert. Du hast gegen Prag, hast du ein Gegentor kassiert. Du hast gegen Bergamo dann, glaube ich, 2 zu 0 verloren. Zwei Gegentore kassiert. Und dann kriegst du gegen Belgrad fünf Dinger eingeschenkt. Was geht denn hier ab? Ja, es ist einfach so, dass sich diese Mannschaft, ich komme immer wieder darauf zurück, wir sind immer noch in einem Prozess und dieser Prozess vollzieht sich unter massivem Druck von außen, Wettbewerbsdruck, Gegnerdruck, alles, was sonst noch ist. Dass da immer mal wieder Ausschläge nach oben, nach unten sind, ist mir völlig klar, ist auch völlig normal. Dennoch ist die Deutlichkeit dieses Ausschlags nach unten jetzt in Belgrad krass, weil damit, ehrlicherweise, hat, glaube ich, keiner so recht gerechnet, dass sie da so unter die Räder kommen. Vor allem, du spielst keine gute erste Halbzeit. So, du liegst zurück, 1 zu 2, hat es aber Momente, gerade in der Anfangsphase haben wir beschrieben, und dann startet Halbzeit 2 und diese Mannschaft hat es geschehen lassen. Das hat mich am meisten erschreckt. Die haben es geschehen lassen. Die haben versucht, irgendwie eine Balance zu finden zwischen, wir haben Spielkontrolle, vermeintlich Spielkontrolle. Sebastian Hoeneß hat den schönen Satz gesagt, wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber wir hatten eigentlich keine Spielkontrolle, weil immer wieder die Bälle weg waren, Unachtsamkeiten im Offensivspiel. Daraus resultierte meist ein guter Umschaltmoment für den Gegner, denn so ehrlich müssen wir ja sein, wenn Belgrad 1, 2, 3 Konter noch besser ausspielt, dann knallt es noch häufiger. Also Konterabsicherung setzen, sechs gestern Abend, muss man ganz klar so sagen. Und auf der anderen Seite, Thema Offensive, eine richtig knallige Torchance haben sie sich auch nicht rausgespielt. Also klar, in der Offensive haben wir die große Problematik, Personalprobleme, Leveling, unterverletzt, jetzt hast du Deal und Woltemate, die nicht im Champions-League-Kader stehen, du musst Boyakshi und Malanga einwechseln. Wenn mir das einer vom halben Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt, was, alter Schwede. Und daraus gemischt entsteht dann diese Halbzeit zum Vergessen, vor allem diese zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit kann mal passieren, dass du ein ungemütliches Auswärtsspiel hast, du liegst knapp hinten, aber dann musst du dich hochziehen an deinen Momenten, die du hast. Du hast genügend Qualität im Kader, um dann da noch irgendwas Zählbares mitzunehmen, im Zweifel halt ein Punkt. Und dass sie es dann so über sich ergehen lassen, war dann doch ein Stück weit erschreckend. Und das ist das, was ihnen eigentlich die großen Sorgen bereiten muss. Ja, sie wissen um ihre Problemfelder, offensiv, fehlende Durchschlagskraft, fehlende Lösungsansätze teilweise auch. Und in der Defensive einfach keine Konstanz, keine Stabilität. Und da kannst du dich dann auch nicht am Bochum-Spiel hochziehen, weil da musst du dann halt einfach sagen, Alter, das ist der Bundesliga letzte. Ich weiß nicht, ob sie die schlechteste Offensive der Liga sind, aber sie sind auf jeden Fall nicht die beste Offensive der Liga. Und dass du da mal zu Hause dann die Null hältst, das erwarte ich mittlerweile von der Mannschaft vom VfB. Und damit möchte ich jetzt gar nicht in die Diskussion gehen, dass wir eine zu hohe Erwartungshaltung an die Mannschaft haben. Natürlich, Champions-League-Neuling ist uns alles völlig bewusst. Aber wenn ich rein fußballerisch mir das anschaue, dann ist da deutlich mehr drin. Und wir haben es ja im Live-Podcast angeklingen lassen, so ist diese Mannschaft im Soll. Und da war eigentlich die einhellige Meinung, eigentlich nicht, weil sie einfach zu oft zu viele Punkte haben liegen lassen, genauso wie jetzt in Belgrad. Und es führt uns ja eigentlich zur Kernfrage dieses Podcasts, Danny. Die Kernfrage ist, nach so einem Spiel, nach so einem Debakel, nach so einer Klatsche, war das ein Ausrutscher? Oder ist da ein Trend zu erkennen? Weil wir haben gerade ja auch den Kreis schon gezogen zum Beginn der Saison gegen Freiburg. Dieses Spiel, das auch schon in diese Richtung ging. Dann haben sie sich ein bisschen gefangen. Dann gab es wieder so ein bisschen einen Leerlauf vor der Länderspielpause. Da haben sie jetzt Bochum geschlagen am vergangenen Samstag. Haben jetzt machbare Aufgaben. Ich habe geschrieben am Samstag im Stadion, von der Initialzündung kann dieser Bochum-Sieg jetzt als Startstein für eine Aufholjagd jetzt im Jahresendsport dienen. Und dann kommt dieses Spiel aus dem Nichts, das ganz, ganz viele Fragen aufwirft. Ist es ein Ausrutscher, Danny? Oder ist es ein Trend, der erkennbar ist? Ein Trend nach unten? Stand jetzt ist es ein Ausrutscher. Ein Trend würde sich ja erst dann, wenn wir kurz vor Weihnachten nochmal podcasten, werden wir das beobachten können. Was ein Trend ist, ist, dass diese Mannschaft eben diese Ausschläge hatte. Wir hatten unter Labbadia, glaube ich mal, den Begriff der Amplituden-Mannschaft, die halt mal hoch, mal runter schlägt. Das ist in gewisser Weise jetzt aktuell auch der Fall. Diese Mannschaft, Wohlgemut hat es angesprochen, immer noch in der Lern- und Anpassungsphase, wie sie mit dieser Dreifach-, Vierfach-Belastung umgeht. Und man hatte schon mal das Gefühl so, ah, jetzt haben sie es aber gefunden. Ich erinnere da an diese Pflichtsiege gegen Kiel und Kaiserslautern diese Woche mit der Champions League. Dann hattest du bockstarke Gegner in diesem Block Anfang November mit Leverkusen, mit Bergamo, mit Frankfurt und so. Und jetzt hast du bis Weihnachten auch nochmal ein strammes Programm. Allerdings nicht mit Gegnern vom Kaliber Leverkusen, Bergamo und Frankfurt, sondern eben Bern, Regensburg und so weiter. Werder Bremen. Also Gegner, wo du punkten musst, ganz klar. Du hast ja auch das Selbstverständnis, dass du da punkten musst. Ich habe das gegen Bochum geschrieben jetzt am Wochenende. Ich habe geschrieben, das Spiel war deshalb gefährlich, weil alle rund um den VfB gedacht haben, das sind sichere drei Punkte. Das müssen sichere drei Punkte sein. Das muss zwingend ein Sieg sein. Und dann so einen Sieg zu holen, du hast nicht deine beste Leistung gezeigt gegen Bochum, vor allem in der ersten Hälfte. Und du drehst dann in der zweiten Halbzeit ein, zwei Gänge höher, du schaltest hoch und dann gewinnst du 2-0 und es entstand nie der Eindruck, dass du dieses Spiel verlieren könntest. Und da dachte ich, das könnte so eine Initialzündung sein. So ey, selbst wenn wir nicht den besten Tag haben, wir sind qualitativ stark genug, dass wir so einen Gegner besiegen und es brennt da nichts an. Und deswegen kommt dieses Spiel für mich, es kommt aus dem absoluten Nichts. Das ist für mich wirklich in diesem Kalenderjahr die schwächste Leistung und ich habe das selber erlebt im Fußball, ich stand selber auf dem Platz, Danny, du auch. Manchmal gibt es so Spiele, du merkst, es läuft einfach nicht. Und dann liegst du zur Halbzeit 2-1 hinten, dann gehst du raus, push dich nochmal in der Kabine, Leute, ey, wir sind dran, nur ein Gegentor quasi zu viel, wir erzielen den Ausgleich und dann müssen die wieder aufmachen und dann müssen die das Spiel machen zu Hause und dann schlagen wir zu. Und dann hast du viel Ballbesitz, leistest dir wieder eine Unachtsamkeit, läufst in den Kontor, bam, 3-1. Und dann denken sich alle auf dem Feld, es läuft nicht, wir sind angepisst, es funktioniert nichts, was für ein kack altes Stadion hier, die Anreise war kacke, was ist das jetzt im November hier in Belgrad zu spielen, so ein Kack, unsere Ultras sind nicht da. Aber dann kommt eins zum anderen und ich kenne das, dass dann diese Momente entstehen, dass du sagst, ach, leck mich doch am Arsch. Ob wir jetzt 3-1 verlieren oder 5-1, das Spiel ist gelaufen, ich habe keinen Bock mehr, lass einfach heimkommen, lass uns wieder konzentrieren, Samstag, Bremen, ich will nach Hause zu meiner Frau, zu meinen Kindern, will in mein Bett. Aber, also als ich in diesen Momenten dann war und ich war Torwart, dann habe ich zu meinen Vorderleuten gesagt, Leute, okay, wir verlieren hier heute, aber mit, also wir kriegen jetzt hier nicht einen Wrack voll. Und trotzdem ist es mal passiert, oder? Ja, natürlich und das ist ja auch was Menschliches, aber diese Vergleiche von unseren B-Klassen, A-Klassen, Kreisliga-Künsten zu Champions League, die hinken ja immer weiter. Da widerspreche ich dir, weil wir sind alle Menschen. Ja, aber... Es geht hier nicht um fußballerische Qualität, Danny. Es geht um so, es geht um Mannschaftsinterne Ticks, es geht so um Dynamiken innerhalb einer Mannschaft und die Dynamiken sind im Vergleich zu einer Kreisliga-Mannschaft, zu einer Bundesliga-Mannschaft, ich sage es immer wieder, die sind nicht groß anders. In jeder Mannschaft gibt es einen Clown, da gibt es einen Kassenwärter, da gibt es jemanden, der den DJ macht, da gibt es jemanden, der die Ansprachen in der Halbzeit macht. Das ist, diese Dynamiken, diese Grundstrukturen sind dieselben. Und ich habe das auch erlebt, dass du dann auf dem Platz stehst, auch ein Bundesliga-Spieler, im Format von Enzo Mio, der steht dann da im Bellgrad und denkt sich, was, wo bin ich hier eigentlich? Wir liegen 3-1 hinten, es macht gar keinen Bock, ich habe vielleicht schlecht geschlafen und dann läuft es halt nicht. Also es geht nicht um fußballerische Qualität, sondern um diese Strukturen. Und ich glaube, worauf ich hinaus will ist, für mich ist es ein Ausrutscher. Und für mich kommt vielleicht diese Phase jetzt, dieser Block mit diesen einfachen Gegnern. Stell dir vor, du verlierst 5-1 in Madrid, dann sagt keiner was. Aber du verlierst dieses Spiel auf diese Art und Weise 5-1 in Bellgrad. Ich finde, dann kannst du auch einfach mal sagen, shit happens, ist dumm gelaufen, was sollen wir machen? Wir konzentrieren uns auf Bremen, das steht jetzt an, das ist in zwei Tagen. Das kannst du dann sagen, wenn du in den nächsten Wochen deine Punkte holst. Ansonsten sprechen wir nämlich genau über das, was du hier als Frage formuliert hast. Ist es ein Ausrutscher oder ist es ein Trend? So, also ich finde, das ist eine legitime und sehr menschliche Haltung. Da hast du natürlich recht. Es ist vielleicht auch der einzige angabere Weg, nach so einer Klatsche zu sagen, so Leute, okay, wir wissen genau, was falsch gelaufen ist. Es geht am Samstag schon weiter. Mundabputzen, Feuer frei, ab ins Weserstadion. Allerdings hat diese Mannschaft jetzt ja auch, das müssen wir auch sagen, ja, sie hat diese vermeintlich machbareren Gegner vor der Brust. Und dadurch hat sie auch mehr Druck. In Madrid hat keiner was von dir erwartet. Dann hattest du Bergamo, Leverkusen und so weiter, wo du fußballerisch vielleicht sogar phasenweise mal mitgehalten hast, keine Punkte geholt hast und konntest aber immer noch sagen, so Mensch, hey, aber europäische Spitzenklasse und wir sind mit dabei. Es fehlt nicht viel. So, und jetzt hast du eben diese Gegner, wo auch der Trainer ja gesagt hat, mit Blick auf die Champions League, ja, wir müssen jetzt punkten, weil daraus schimmert ja schon der Anspruch, die sind hier schon in die Champions League gekommen, um diese K.O.-Phase zu erreichen. Weil wir haben es diskutiert, guck dir die Gegner an. Ja, du hast ein paar Bretter mit Turin, mit Madrid, mit Bergamo, aber du hast auch machbare Programme mit Belgrad, mit Bern, mit Prag und so weiter. Und da muss man wieder, und da schließt sich vielleicht so die Klammer, der VfB bleibt in gewisser Weise unter seinen Möglichkeiten, weil wenn wir mal nur auf die Champions League schauen, Bundesliga haben wir ja ausführlich gemacht im Live-Podcast, gegen Prag war mehr drin, gegen Belgrad war jetzt mehr drin, du bist jetzt ganz schön unter Zugzwang im nächsten Heimspiel gegen Young Boys Bern. Und da widerspreche ich dir jetzt einfach mal direkt. Es ist schön, dass wir hier diese Gegenspieler-Part einnehmen. Und dann, scheiß doch drauf, dann fliegst du halt raus aus der Champions League. So, who cares? Die sind, ja, jetzt mal ganz Real Talk. Der VfB hat offensichtlich ein Problem, eine Stabilität reinzubekommen in seine Leistungen. Es sind ständige Schwankungen. Und für mich ist der ganz klare Faktor, diese drei oder sogar, der Butze hat es im Podcast, jetzt im Kalerlund hat es vier Fachbelastungen genannt, auch mit den Länderspielpausen. Viele Nationalspiele hat der VfB inzwischen in seinen Reihen. Ich glaube und ich bin fest überzeugt davon und das ist meine Meinung und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich glaube, dem VfB würde es rein von der Intensität, von den Terminen, von diesen ständigen Blocks mit immer englischer Woche, ich glaube, dem VfB würde es gut tun, aus der Champions League auszuscheiden. Weil sie dann nicht mehr diese ständige 3-, 4-fach Belastung haben. Und deswegen sage ich dir jetzt mal als so steile These, als jetzt mal provokante These auch, dann fliegen sie raus aus der Champions League. Die sind Neuling, die sind das erste Mal rein. Jeder hat gesagt, das ist für uns jetzt ein Highlight. Die sollen da rausfliegen. Die sollen schon am besten vor dem Paris-Spiel rausfliegen. Dann können sie das Spiel entspannt absolvieren und können sich auf die Bundesliga konzentrieren, da noch mal eine Aufholjagd starten und vielleicht noch einen Platz 5 ergattern in der Liga und nächstes Jahr wieder Champions League spielen. Ich glaube, die Mannschaft ist nicht bereit dafür, diese 3- und 4-fach Belastung zu leisten. Das sieht man wie in so einem Spiel gegen Belgrad. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass der VfB noch weiterkommt in der Champions League. Danny, so ist es ja nicht gemeint. Also ich hoffe, diese Erwartungshaltung, die du gerade formulierst, ist nicht in der Mannschaft. Weil du hast natürlich recht mit Blick auf das große Ganze. Niemand erwartet von denen, dass sie jetzt ins Halbfinale der Champions League stürmen. Aber so ehrlich müssen wir, glaube ich, auch sein. Mit Blick auf das Programm, diese 8 Gegner und wie das gelaufen ist, musst du ja ganz klar sagen. Und diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie es kann. Daran messe ich sie. Ich messe diese Mannschaft nicht an irgendwelchen Erwartungen, die ich von außen an sie herantrage, sondern ich schaue mir an, was ist diese Truppe zu leisten imstande. Und es ist deutlich mehr als ein 1-5 gegen Belgrad. Ob das am Ende fürs Weiterkommen und so reicht, weiß ich nicht. Aber diese Mannschaft hat das Zeug, in diese K.O.-Runde einzuziehen. Und es lag nach diesem 1-0 von Demirovic auf dem Silbertablett da, dass du die Weichen stellst. Da hättest du sieben Punkte gehabt als nächstes in der Champions League, ein Heimspiel gegen Bern. Wenn du das gewinnst, bist du safe. In der K.O.-Phase geht es aber übrigens um ein bisschen Knete. Natürlich losgelöst von der Tatsache, dass ich dir sogar zustimme, weil wenn diese 3-fach, 4-fach Belastung reduziert wird, was kommen wird, spätestens dann im Februar, März, wenn die Mannschaft nicht mehr mit dabei sein wird. Weil diese Ansprüche hat ja wirklich dann niemand. Wenn du K.O.-Phase erreichst und dann nochmal gegen Arsenal spielst oder so, keine Ahnung, und rausgehst, dann hast du mehr erreicht vermutlich, als du dir zu träumen hast gewagt. Und dann wird es natürlich leichter in der Liga, weil der Kader ist breit, der Kader kann auch was. Und dann fehlt diese Belastung. Aber nichtsdestotrotz, schau dir die Truppe an, schau dir die Qualitäten an, die sie haben. Das haben wir alle schon eindrucksvoll gesehen. Sie müssen da eine Konstant reinbringen. Das ist der Schlüssel. Und sie müssen ja auch lernen, mit diesem Thema umzugehen, weil der Anspruch ist ja schon da, dass du den VfB über kurz oder lang da oben etablierst. Das soll jetzt nicht heißen, Top 4, aber Top 6, Top 7, Top 8 muss diese Mannschaft ehrlicherweise auch erreichen. Das ist jetzt meine Erwartungshaltung. Gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, Nübel in der Kiste, Stilla auf der 6, Demirovic und darf im Sturm, wenn alle fit sind, vorausgesetzt, dann ist das deutlich eine richtig gute Truppe beieinander, die wirklich da oben irgendwo einlaufen sollte. Und wir haben ja, das große Thema mit den Ausschlägen, Superspiel in Madrid, du schlägst Turin, du hast ein BVB zu Hause 5-1 rasiert. Die zeigen immer mal wieder, wenn sie absolut on point da sind, zu was sie in der Lage sind. Aber, und das ist das große Aber, wir haben eben auch schon einige Spiele jetzt gehabt in diesem Jahr, wo du gesehen hast, wenn sie eben nicht über den gewissen Punkt hinausgehen, dann wird es super schwer. Und ich glaube, sie können nicht ständig on point sein, weil sie keine Mannschaft sind, die dieses ständige, hammerharte Programm gewöhnt sind. Ich glaube, darauf schließt sich das auch ein bisschen raus. Und wenn wir uns fragen, ist es ein Ausrutscher oder ein Trend, dann muss man ja sagen, dieses Belgrad-Spiel war ein ganz klarer Ausrutscher. Aber der Trend generell ist, dass diese Mannschaft mit dieser 3-, 4-fach Belastung einfach nicht so gut klarkommt. Und der FC Bayern München, der macht das seit gefühlt 100 Jahren. Borussia Dortmund jetzt auch schon länger. Bayer Leverkusen hat nochmal einen besseren, nochmal einen breiteren Kader, wobei die jetzt auch vor allem im Angriff viel Verletzungspech haben. Und der VfB ist diese 3-fach, 4-fach Belastung einfach nicht gewöhnt. Punkt, ganz einfach. Und wenn wir dann über diese Kernfrage diskutieren, muss man sagen, das ist eben der Trend, der so ein bisschen erkennbar ist. Du sprichst darüber, die Mannschaft macht gute Leistungen, zeigt gute Leistungen, wenn sie an ihr Limit kommen. Ich glaube aber, die Mannschaft kann gar nicht immer an ihre Limits kommen, weil sie a. keine Zeit zu trainieren haben und b. Die fliegen jetzt zurück in der Nacht auf Donnerstag, kommen Donnerstag nachts um 4 Uhr in Stuttgart an, pennen den halben Donnerstag, haben Freitag ein Abschlusstraining und fliegen dann direkt nach Bremen. Also das ist ja auch für die Spieler wirklich ein Stressfaktor. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gewichtiger Faktor, warum man auch sagen muss, der generelle Trend geht halt dahin. Denn die Mannschaft kann dieses Pensum nicht gehen mit diesem Verletzungspaktor. Also, wenn dir ein Undorf ausfällt in der Offensive, wenn dir Elbilal Touré ausfällt, wenn du dann… Leveling ausfällt. Leveling. Absolut. Das geht nicht. Die Mannschaft kann das nicht kompensieren. Das ist der maximale Stresstest aktuell, diese Phase. Und ich wünsche mir natürlich klar, dass der VfB in die Champions League Endphase oder in diese K.O.-Phase einzieht. Auch finanziell nochmal einen geilen Gegner, kriegst du Arsenal, London, keine Ahnung, Danny. Natürlich wäre das cool. Aber wenn ich das rein nüchtern betrachte, würde es der Mannschaft vielleicht sogar gut tun, nicht weiterzukommen. Damit sie schon im Februar wieder mehr Zeit hat, damit Sebastian Hoeneß im Februar wieder mehr arbeiten kann mit seiner Mannschaft. Er ist ja ein Trainer, der die Spieler besser macht im Training und die Zeit hat er aktuell nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor und deswegen bin ich sehr gespannt. Im Dezember ist es, glaube ich, werde ich machen. Bern, Champions League Heimspiel. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert, weil ich sage mal so viel, wenn sie das Spiel auch verlieren oder nur einen Punkt holen, dann können wir, glaube ich, schon so einen halben Haken hinter Zuges Abgefahren machen. Wie siehst du es? Zumindest super schwierig, weil die haben ja aktuell vier Punkte. Bei noch drei ausbleibenden Spielen, da ist natürlich noch alles möglich. Also mit acht, neun, zehn Punkten bist du vermutlich safe oder mit zehn Punkten bist du, glaube ich, sogar safe in dieser K.O.-Phase. Und deswegen hat dieses Spiel gegen Bern eben eine immense Bedeutung. Du hast ja dann nochmal eine ungemütliche Auswärtsfahrt nach Bratislava und nicht zu vergessen noch ein Heimspiel gegen PSG. Also damit wir nicht zu schwarz malen in dieser Folge, natürlich ist auch auf internationalem Parkett noch alles drin, aber diese schallende Ohrfeige, die müssen sie jetzt verdauen und wie Daniel es richtig gesagt hat, eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und da ist jetzt diese Phase vor Weihnachten natürlich super interessant und wir hören, glaube ich, zum Abschluss dieses Blogs noch kurz rein, was der Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Spiel in Belgrad gesagt hat, auch wenn er den Blick nach vorne richtet dann. Also es muss schnell gehen, ist doch klar, wir spielen am Samstag, haben da das nächste wichtige Bundesligaspiel und deswegen werden wir es aufarbeiten. In welcher Form, das will ich erstmal mit meiner Mannschaft besprechen, aber es wird eine Aufarbeitung geben, das ist doch klar, wir müssen gemeinsam rausfinden, woran es lag, um es das nächste Mal besser zu machen. Das ist immer wichtig, egal ob bei Sieg oder auch bei Niederlage, aber natürlich in der Situation wie der heutigen ist mir, ich weiß, solche Situationen kann es mal geben, dass du sagst, okay, verwachst, weiter geht's. Danach ist mir aktuell nicht, ohne dass ich aber jetzt auch den Abend nutze, um den Stab irgendwie über meiner Mannschaft oder über meinen Spielern zu brechen. Das werde ich nicht tun und trotzdem müssen wir alle ehrlich zueinander sein und rausfinden, woran es lag. Nur dann kannst du auch in Zukunft wieder Lösungsansätze finden. Daran glaube ich und das werden wir diesmal auch so machen. Ja, woran hat es hier liegen? Das muss sich Sebastian Hoeneß jetzt fragen vor dem Spiel in Bremen. Denn ich glaube, zum Spiel in Bremen müssen wir gar nicht viel sagen, oder? Samstag im Weserstadion, das wird eine harte Nummer, also vor allem nach diesem 1-5 jetzt in Belgrad. Ich glaube, ein Zuckerschlecken wird es nicht, es wird kein Fußball-Highlight-Spiel. Was erwartest du da an der Weser? Ich erwarte eine Reaktion, ich erwarte eine deutlich stabilere, konzentriertere Leistung in allen Mannschaftsteilen. Ich sehe aber auch Punkte, die für Entspannung sorgen, also Deal und Voltemade stehen dir zur Verfügung, dürfen ja spielen in der Bundesliga. Vor allem Voltemade, der wird besonders engagiert sein, ähnlich wie Silas es am Mittwochabend war. Also, fußballerisch tue ich mich schwer, Bremen ein bisschen Wundertüte, deutlich stabiler als im Vorjahr, bin ich gespannt. Wird natürlich super ungemütlich im November, da oben am Osterdeich, auch das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen, auch wenn Trainer Hoeneß ja schon gesagt hat, ich breche jetzt nicht den Stab über meiner Mannschaft wegen so einer Leistung in Belgrad. Aber da gab es schon deutliche Punkte, die angesprochen werden müssen und die verbessert werden müssen. Und das sind so diese Grundtugenden des Hoeneßballs, Passschärfe, Passgenauigkeit, dass du ein gewisses Selbstvertrauen aus der Spielkontrolle entwickelst, dass du in der Offensive Lösungen entwickeln kannst mit den Männern, die du da hast, die ja toll sind, die ja wirklich geile Kicker sind. Deal zum Beispiel jetzt gegen Bochum getroffen, den würde ich vielleicht sogar auch mal wieder vielleicht in der Startelf erwarten. Muss man mal schauen, was er da vorhat. Demirovic hat in Belgrad mit seinem ersten Torschuss getroffen, hat dann sogar noch ein zweites Tor hinterhergelegt, was knapp abseits war. Also hat einen guten Touch, glaube ich, gerade so, zumindest was das Gefühl war, auch wenn es schwerfällt, das nach so einem Belgrad-Spiel jetzt zu sagen. Aber der Schlüssel zum Erfolg und der Erfolg ist vielleicht auch nur ein Punktgewinn in Bremen, ist eine stabilere Defensive, ist ja völlig klar. Wir haben Nübel gehört, wir haben Chabot und Rouault heftig kritisiert in dieser Folge. Wir haben über Stenzel gar nicht gesprochen. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht groß. Also das, was Stenzel da gezeigt hat, ja, das hat in der Champions League so nichts verloren. Das sieht er, glaube ich, auch selber so. Das war eine schwache Leistung, ging zur Halbzeit auch raus. Also die Defensive erwarte ich klar im Viererkorsett, wie gegen Belgrad auch. Vermutlich Wagnermann hinten rechts für Stenzel. IV bleibt mit Chabot und Rouault. Du hast ja auch keine anderen. Du hast keine Alternativen und die können es ja auch deutlich besser. Und dann ist das meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg, was der dann auch immer sein wird. Ich tippe nämlich auf ein Unentschieden, ich tippe auf ein 1-1, was in meiner Perspektive dann Erfolg wäre. Stabile Leistung, auswärts den Punkt geholt. Wie siehst du es, Simi, was erwartest du von der Mannschaft am Osterdeich? Ich glaube, die Mannschaft muss und will eine Reaktion zeigen, weil nicht in der Öffentlichkeit quasi auf die Mannschaft ein bisschen einschimpfen und da stellt sich jetzt keiner hin, Stichwort Karaso als Kapitän. Ich glaube, dass die intern in der Mannschaft das ganz genau ansprechen werden. Das glaube ich auch. Also so eine Leistung ist nicht akzeptabel, sowas geht nicht. Ich glaube, das wird ganz klar angesprochen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen wird. Die werden in Bremen ein anderes Gesicht zeigen. Und wenn sie es nicht zeigen, dieses andere Gesicht, dann müssen wir nächste Woche nochmal über diese Kernfrage sprechen. Ja, dann müssen wir die These hier nochmal auf den Tisch legen. Ausrutscher oder trennt, weil die sind jetzt verpflichtet, die sind unter Zugzwang, die müssen in Bremen eine deutliche Schippe drauflegen. Nicht nur eine Schippe, da müssen ein paar Schippen drauf, ein paar Gänge hochgeschaltet werden. Aber deswegen bin ich der Meinung, der VfB gewinnt an der Weser. Die gewinnen 3 zu 1. Ich glaube, gegentorfrei bleiben sie nicht. Aber so ein bisschen Knotenplätzerchen bei Demirovic, der trifft auch nochmal im Weserstadion. Und dann haben wir den nächsten Sieg. Kann man so unterschreiben, oder? Würde ich so unterschreiben. Und was mir noch so aufgefallen ist, Hoeneß ist ja gestern Abend dann nach dem Spiel so fast entschuldigend zum Fanblog. So, sorry Leute, gell. Also ihr kommt hier, ihr reist hier an. Was ja wirklich, wir haben es jetzt mehrfach thematisiert, super kompliziert war. Bremen ist auch eine ganze Strecke da hoch. Also ich will jetzt nicht sagen, sie sind in der Bringschuld gegenüber ihren Fans, weil die sind in erster Linie in der Bringschuld gegenüber sich selbst. Aber natürlich ist es auch ein Statement, die wissen, was sie da haben. Diesen tollen Support, dass da mehrere tausend Fans nach Belgrad fahren, auch am Samstag mehrere tausend Fans nach Bremen hochfahren werden. Denen willst du auch eine schöne Rückfahrt ermöglichen. Du willst ja auch im Bus oder im Flugzeug dann sitzen und ein Lächeln auf den Lippen haben als Spieler. Von dem her, wir beide sind optimistisch. Ich bin gespannt, ob das trägt. Wir hören uns dann nächsten Mittwoch, glaube ich, dann wieder und sprechen das durch. Genau, und nächsten Mittwoch sprechen wir dann gleichzeitig auch über das Regensburg-Spiel noch. Also auch für uns englische Wochen immer zwei Spiele. Wir konnten jetzt auch über Bochum gar nicht ausführlich sprechen. Das war ja das Spiel davor, aber muss es auch nicht. Wir sind auch noch im Prozess, wie wir mit der Dreifach-, Vierfach-Belastung hingehen können. Ja, wir müssen dann jetzt ja nächste Woche, am Mittwoch kommt dann die Folge wieder zur gewohnten Zeit, müssen wir ja über Bremen sprechen und dann über DFB-Pokal Regensburg. Also auch für uns eine Mammutaufgabe, die wir aber sehr, sehr gerne stemmen für euch da draußen. Und deswegen auch noch mal an euch da draußen, wenn ihr nach Bremen fahrt, fliegt, was auch immer, wenn ihr in Belgrad wart, auch noch mal Respekt, Hut ab für eure Fanleistung. Das ist ja auch wirklich eine krasse Angelegenheit. Also was da in Kauf genommen wird, was da investiert wird, was da an Liebe, an Herzblut reingesteckt wird. Und auch an Geld. Ja, also Respekt an euch, Respekt, dass ihr das macht. Das ist ganz, ganz wichtig für den VfB und ihr macht es drumherum ja auch so attraktiv, das VfB-Umfeld. Deswegen schreibt es uns auch gerne rein in die Kommentare, wenn ihr in Belgrad wart, wenn ihr nach Bremen fahrt oder fliegt. Würde es interessieren, wie ihr so die Ausfahrtsfahrten seht. Und dann, Danny, haben wir hier auf unserem Themensheet noch stehen. Allgeier. Das ist jetzt ein bisschen ein Bruch unseres sportlichen Partes. Gehört aber kurz rein, weil es die VfB-Woche sozusagen rund macht, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet haben. Wir haben es ja im Live-Podcast anklingen lassen. Da wurden wir von einem Hörer gefragt. Und das zeigt uns einfach, dass das Thema zwar jetzt nicht im Vordergrund steht, aber immer noch wichtig ist. Also Interimspräsident Allgeier hat sich entschieden, er möchte jetzt doch kandidieren. Ist ja Landrat im Landkreis Ludwigsburg, was ja ein gewisses Konfliktpotenzial oder ein Interessenskonflikt mit sich bringen könnte. Und am Freitag eben nach unserer Aufnahme hat er das alles nochmal ein bisschen erläutert. Und mitentscheidend waren aus seiner Sicht eben zwei Faktoren. Also er hat ein unglaublich gutes Feedback bekommen. Das würde ich ihm auch so ausstellen. Er hat einen guten Job gemacht als Interimspräsident. Und für ihn ist es eben, so wie es aktuell geregelt ist, das Amt, das Ehrenamt als EV-Präsident mit seinem Hauptamt als Landkreischef in Ludwigsburg nur über einen Interimszeitraum darstellbar. Und der VfB soll eben eine Strukturreform bekommen, wie übrigens von mir gefordert, nach der letzten MV. Also da wird endlich mal nachgebessert, wird der EV hoffentlich, würde ich für den Verein wünschen, dass ihn da auf professionellere Strukturen stellen, sprich ein hauptamtlicher Geschäftsführer unterhalb des Präsidiums, der sich um die ganze Vereinsorganisation hauptamtlich kümmern sollte. Und das nimmt wiederum Aufgaben, die der Präsident aktuell auch noch begleiten oder zumindest überwachen muss, weg. Und dann hat Adria Allgäher gesagt, also wenn wir diese Strukturreform haben, dann bin ich dafür zu haben, dann kann ich es auch in meine 70-Stunden-Woche irgendwie integrieren. Interessanterweise ist die Möglichkeit, die der Interimspräsident bekommt, das alles über Vereinskanäle zu kommunizieren, beziehungsweise da quasi eine große Presserunde zu machen. Er ist ja aktuell Interimspräsident und kann jetzt zusammen mit seinem Präsidiumsmitglied Andreas Grupp schon mal quasi die Bühne bereiten. Er muss ja dann noch nominiert werden vom Wahlausschuss, wovon wir natürlich ausgehen. Allerdings können noch bis zu zwei weitere Kandidaten, was das Präsidentenamt angeht, in den Wahlkampf geschickt werden. Und ich hoffe auch, dass das geschieht, weil was, glaube ich, aus demokratietheoretischer Perspektive auch nicht so tolle wäre, wenn du jetzt nur den Herrn Allgäher dahin stellst. Natürlich steht und fällt es mit dem Bewerberfeld, wer sich da bis Ende Dezember, ich glaube 23. Dezember ist der Bewerbungsschluss, wer da noch seine Unterlagen einreichen möchte. Das wollten wir jetzt hier der Vollständigkeit halber noch in diese Folge einpacken. Also zum einen die Entscheidung, warum hat Allgäher sich umentschieden? Habe ich auch in den Text gepackt, könnt ihr gerne noch mal reinlesen. Zum anderen so ein bisschen, oh, okay, ist auch durch die Presse natürlich wieder zuerst entwickelt worden. Da kann man jetzt natürlich sagen, Mensch, die Journalisten haben alle super Quellen. Aber es bleibt natürlich immer die große Frage, warum schafft der VfB das nicht, das selbst zu verkünden, wenn es doch auch schon ein paar Tage vorher feststand. Dann informiert doch zuerst die Mitglieder und erzählt es nicht immer danach, dass man ja eigentlich zuerst die Mitglieder informieren wollte, nachdem wir das auch schon von allen Dächern haben, Pfeifen hören. Also das scheint es eine unlösbare Aufgabe im VfB-Umfeld, so eine Entscheidung mal den Weg zu kommunizieren, den man eigentlich dafür vorsieht. Aber dann bewerbe dich doch für diese hauptamtliche Geschäftsführerstelle und ändere das, dass da nicht immer alle Spatzen von den Dächern pfeifen. Ich finde es ja gut, dass die Spatzen pfeifen. Wir profitieren ja davon. Also von dem her, gute Entscheidung, ist jetzt einfach mal meine Meinung dazu. Der VfB e.V. hat aktuell, glaube ich, drei oder vier, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall deutlich zu wenige hauptamtliche Mitarbeiter. Die AG fast 400, glaube ich. Da muss einfach ein anderes Gleichgewicht geschaffen werden. Und ich glaube, dass Allgäuer der Mann sein kann, der den VfB da auf einen guten Weg bringt, aufs richtige Gleis setzt, auch zusammen mit Andreas Krupp. Die haben das wirklich, und das ist ja immer das größte Kompliment, die haben es geräuschlos gemanagt. Also nach all den Querelen, die wir hatten. Und nichtsdestotrotz bleibt für mich so ein kleiner Beigeschmack, dass du jetzt halt so sagst, okay, du hast jetzt hier zwei, die jetzt schon mal quasi in gewisser Weise den Wahlkampf eröffnen können. Das hat auch schon andere potenzielle Bewerber abgeschreckt, das wissen wir. Da gab es Namen, und die haben jetzt gesagt, nee, wenn der Allgäuer das macht, ja gut, dann nicht. Kann auch die richtige Entscheidung sein. Ich bin nur sehr gespannt, wie sie es weiterentwickeln wird. Wir bleiben auch an dem Thema natürlich für euch dran. Und so haben wir die Folge hier heute jetzt noch mit einem Schleifchen versehen, in dem wir Vereinspolitik drin hatten, in dem wir den Daniel drin hatten, in dem wir Fanproblematik drin hatten, in dem wir Spielanalyse drin hatten, einen Ausblick auf Bremen. Also es ist ja ein Wahnsinn. Ja, ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt zum Schluss noch sagen soll. Hier steht noch Schluss, News. Das ist wahrscheinlich gemeint, ich habe es ja selber geschrieben, aber habe es schon wieder vergessen. Nein, Quatsch. Es geht natürlich hier um die ZVW News App. Leute, holt euch, wenn ihr es nicht schon habt, gibt es im iOS Store, Apple Store, gibt es im Google Play Store. Holt euch die ZVW News App, stellt den Push-Kanal VfB Stuttgart ein, dann kriegt ihr vom Kollegen Gall am Samstag Bremen, alle News aufs Handy. Schaut vorbei, lasst uns bei YouTube auch mal einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Wir reden über den VfB im Video, also falls ihr uns nur zuhört, schaut doch mal bei YouTube vorbei, bewertet uns bei Spotify, bei Apple Podcast, wie immer der gewohnte Weg. Und wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns an vfb.zvw.de. Wir reagieren auf jede Mail, wir antworten euch. Jetzt mache ich mal ein bisschen Aufwand, aber das machen wir sehr, sehr gerne. Und dann, Danny, habe ich irgendwas vergessen mit dem Schlusswerbeblock? Nee, ich glaube nicht. Deswegen Knopf dran, Haken dahinter, wir produzieren jetzt die Folge, dann könnt ihr schön reinhören und reinschauen. Danny, viel Spaß bei VfB gegen Bremen. Mir wünsche ich viel Spaß nächsten Dienstag in Regensburg. Schönen Glühwein trinken vorher in Regensburg. Ich werde übrigens mit dem Kollegen George Moisidis fahren. Das wird eine sehr schöne, eine quatschige Reise. Da wirst du nicht viel zu Wort kommen. Da werde ich nicht viel zu Wort kommen. Deswegen, George, liebe Grüße. Und danke für die Lebkuchen, George. Darauf ich nicht sagen, sonst denken die anderen Journalisten, die müssen auch was kriegen. Das hat er ganz geheim gemacht. Ach so, das kriegen nur wir. Das ist ja toll. Ja, wir sind die Lieblinge von... Dann schneiden wir es raus. Wir sind die Lieblinge von George. In diesem Sinne, adios, ciao, danke fürs Reinschauen, reinklicken. Danny, wir gehen an die Produktion. Tschönen Mühle. Ciao. Wir reden über den VfB. Ein Fußball-Podcast des Zeitungsverlags Weiblingen gemeinsam mit die neue 107-7. Schönen. Wir reden über den VfB. Ich habe den VfB,